meine wunderschönen menschen da draußen wir sind wieder am start ich habe in der zwischenzeit einmal kurz mal ein bett gemacht weil ich schlafen muss und einmal halt dass wir hier die treppe vernünftig die war ja bei der letzten folge ein bisschen scheiße gesetzt jetzt wollte ich hier mal so ein bisschen ein schönes dach machen weil ich wollte nämlich dann jetzt hier oben eigentlich in dem sinne ein lager machen das heißt ich baue sogar noch ein bisschen nach da aus weil das sind so viele ressourcen die wir hier sammeln können deswegen brauche ich auf jeden fall ein vergrößertes lager und ja das ist jetzt unsere nächste aufgabe klar wir holen noch diese karte aber wir wollen es ja spannend halten hier ist ja klar so machen hier einmal hier 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 ja wir sollten vielleicht auch daran denken dass das halt alles so ein bisschen durchsichtig noch ist und noch nicht gebaut und aus dem grund wir da noch nicht langlaufen daran sollten wir vielleicht noch denken aber okay gut haben wir jetzt nicht gemacht aber egal so und zwar jetzt bin ich aber überlegen mache ich jetzt ein stein dach wir machen erst mal das hier kann ich das da schon hinsetzen nein okay gut das heißt wir müssen erst mal hier bauen okay wir brauchen holz pflanzenfaser und den ganzen anderen kram das ist gar kein problem den machen wir übrigens eine absolute niete was dächer anbauen bauen angeht also es kann also was dauern das ist aber erstmal für mehr auf einfach das holz pflanzenfaser und da meldet sich wieder mal ein antivirenprogramm das ist super ich bin ruhig in ruhe will ich jetzt nicht Oh. und ja wir bauen uns jetzt so ein bisschen schönes eigenheim ja klar es wird nachher aussehen wie eine behinderung aber ok ich weiß auch dass wir später noch andere sachen fürs haus bekommen werden wir dann aber sehr wahrscheinlich anders hin bauen aber das ist auf jeden fall jetzt erst mal so unser start kurz die reparieren hier perfekt mein magen knurrt das ist nicht so gut wir nehmen das ist erstmal mit hier wir haben gar keinen schönen wald mehr die bäume die ich doch vor ein paar tagen abgeholt habe die sind immer noch nicht wieder zurück bei uns wächst auch schon was das ist sehr schön so gehe ich gleich zur arbeit also ich nehme mir morgens extra auf damit ich in dem sinne ich muss erst um 10 anfangen somit stehe ich dann morgens ein bisschen früher auf dann kann ich nämlich noch schön content für youtube machen das war mal so ein bisschen komisch weil das halt immer nur so 2-3 folgen sind die ich aufnehmen kann aber ich sag mal so ich sag mal so ich hab das jetzt hier in der dritte gemacht und das geht ganz gut so kriege ich auch arbeit privat leben youtube alles unter einem hut weil ich möchte keine sache von diesen drei sachen irgendwie missen oder so oder aufgeben nur wegen einer sache die noch mit dabei ist also ich möchte wieder youtube aufgeben noch meine arbeit weil meine arbeit macht mir verdammt viel spaß also richtig viel spaß und youtube macht mir natürlich auch spaß trotz allem youtube ist mein safe place so und das ist auch so der grund warum ich das alles mache hier weil habe ich weil klar jetzt kann ich immer alles gut laufen weder privat noch nicht verarbeiten aber dann läuft es halt auf jeden fall immer in youtube das ist eigentlich so der grund warum youtube auf jeden fall ganz oben auf der liste steht trotz allem weil dann kann ich abschalten ne ich tue dann wenn ich wenn ich dann abends vielleicht nochmal aufnehmen oder so dann kann ich da gut abschalten dann kann ich da gut abschalten und das mache ich dann auch so was habe ich denn jetzt hier für ein gewicht in mein inventar hat der hä will ich mich verarschen ach das holz habe ich zu spiel ok alles klar ich denke mal so what ok das heißt im endeffekt brauche ich wir brauchen unbedingt mehr taschen aber das ist kein problem so dann gehen wir jetzt mal die stöcke und die pflanzenfaser sammeln das ist ein bisschen schade so ne weil hier die ganzen sachen abgeholzt werden so kommt man da sicher ja gut das wächst ja alles nach hoffentlich ich habe jetzt auch schon bei anderen spielern gesehen ja man kann das haus nachher wirklich so wie diese kette diese bayerischen bauhäuser ich mag diesen stil total ne also sobald ich das machen kann ja aber gönnung werde ich direkt machen sobald ich mir irgendwann mal ein haus holen oder so oder bauen genau so ein haus bauen ich habe immer bayerische bauern häuser weiß man eigentlich schon was damit gemeint ist hat das sich auf mich sondern ich weiß nicht ich werde ob ich nicht ein komfort ich muss auf jeden fall vor wir diese karte hier aufholen muss ich auf jeden fall erstmal hier aufrufen und so die achs würde ich aufbessern auch mein freund ist da hinten so ich glaube das sollte es ja reichen ja jetzt kommt er wieder hier mit an mit meinem beweg oh guck mal ich habe haustiere ich habe haustiere boah ich habe eigentlich noch falsch mein gewicht ist wieder extrem schwer perfekt so das heißt wir haben jetzt hier so ein holzdach also ich sag mal so irgendwie ihr wisst was ich meine das hier ihr wisst ihr seht es auch ne ihr seht es auch ja nein einfach nein akzeptiere ich nicht das akzeptiere ich nicht so ein moment so bauen wo ist es da ne hier okay ja jetzt jetzt kann ich es akzeptieren oh mein wald ey sorry na ich hab wir müssen nicht diese hundertprozentige hundertprozentige hirnienzahmen ach ja immer kaffee trinken ja aber zumindest dass es gut aussieht so ich möchte jetzt erstmal dieses eine dach hier haben genau das hier möchte ich haben so wieso will er das nur hier machen wieso 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 jaw, wo wieso m hit Hmm. Oh, Molly. Ok, machen wir dann so, schauen wir mal, ob das war für mich. Also ich wollte rotieren. Weil ich das gewöhnt bin, sollten wir rotieren. Ok, dann machen wir das einmal weg. Dann haben wir das praktisch umsonst gemacht, aber das ist ja kein Problem. Ok, sehr schön. Dann machen wir halt hier so das Lager. Jetzt muss ich nochmal eben schauen, damit das auch... Ja, komm. Ok, dann müssen wir jetzt Stück für Stück wieder abwarten, aber kein Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das aussieht am besten. Weil wir wollen natürlich... Hier wird das schonmal nicht. Ok. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das hier so hinpassen würde, aber tut's nicht. Und da haben wir dann eine Lücke. Das macht keinen Sinn. Mh, 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 mh... Ich schau mir das mal eben an. Ähm... Wo baut sich denn so ein Dach? Äh... Okay, das ist... Das ist... Das ist cool. Aber Moment... Ja, das heißt... Ja, das heißt, wir hätten hier so... Und jetzt könnte ich natürlich auch... Ah, Moment... Glaube ich... Ich schau mal eben... Äh, äh, äh... Den hier reinsetzen? Nee. Sorry. Äh... Den hier? Genau. Genau. Genau, 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 genau. So. Dann hätten wir das schonmal. Falls jetzt gleich gut aussieht, lässt sich... Da lässt sich drüber streiten. Oh cool. Ich kann ja auch so hochlaufen. Perfekt. Okay. So... Jaja, ich weiß... Das Gewicht meines... Jetzt machen wir... Schau ich mal eben... Äh... 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 Okay, das ist kein Problem. Dann machen wir erstmal... Das hier. Das setzen wir dann... Äh... Jetzt setzen wir dann hier... Okay, oder auch nicht. Doch, hier. Das machen wir ja weg, ne? Äh... 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 Okay, jaja... Ach ne, warte, die Seite machen wir ja weg, ne? Ich bin ja doof. Das machen wir ja weg hier. Was machen wir ja weg? Haben wir gesagt. Ach ja... Oh mein... Okay. So, jetzt können wir wahrscheinlich auch hier dieses Halbdach hinmachen. Einen Moment. Äh... Äh... Halbdach. Halbdach. Oder so, genau. Oder so, genau. Du musst den wirklich nicht zackern. Fertig! Entschuldigung! I- A- Ich bin ja, sonst... Ich bin ja, ich bin ja nicht so... Nichts! Ich bin ja und meine Hausten... Ja ich bin ja... Ich bin ja. ja immer ein haus ach man das haben wir auch so es wäre natürlich gut wenn wir so ein ding hier nochmal hinsetzen würden das oh Ich gehe da raus hier. Das wird so komisch aussehen, ich weiss das jetzt schon. Ok, das funktioniert nicht. Ok, dann machen wir das so. Ok, dann machen wir das so. Kann ich das noch irgendwie... Am besten wäre es natürlich... Okay, dann wäre er jetzt sinnvoll... Ja, hier für die Ecke brauche ich jetzt halt noch was. Oh, das ist echt... Oh, das ist doch süß hier. Ach ne, aber das wollte ich. Oh, das ist doch richtig süß. Ach scheiße, ich wollte es rotieren. Aber davon war ganz einfach, eh zu klein. Das könnte man halt oben machen. Ja, das war das falsche. Ja, das ist ja... Hallo? Ui, ui, ui... Okay, das können wir noch verheeren, dass wir hin müssen. Ja, du, 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 du... Aber da auch nicht. Cool. Hm. Weil im Endeffekt von unten sieht es nachher total cool aus. Ja, weil sich das dann hier so zusammenschließt. Okay, aber Moment. Okay, aber Moment. Hm. Hm, hm, hm. Wisst ihr was? Wir machen dann in der nächste Folge aber weiter. Weil sonst dann fand ich gleich hier unnötig drüber. Und, äh, ich muss mal aufs Klo. Deswegen machen wir in der nächste Folge weiter, jo? Bis dann.